Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Wie-Mei-Kai! Seid ihr noch alle wach? Habt ihr alle gerade fleißig mitgesungen und mitgemacht? Nicht so? Das müssen wir aber ändern, ne? Also, um euch ein bisschen mal wieder auf Toren zu kriegen, eine kleine Auflockerungs-Aufwärmübung, sie ist ganz einfach. Ich sage Yu-Gi, ihr sagt Oh. Yu-Gi? Oh! Lauter! Yu-Gi? Oh! Mehr! Yu-Gi? Oh! Gut, okay. Und jetzt habe ich noch eine kleine Umfrage. Und dafür brauche ich eure Stimmkraft, nämlich... Wie ihr vielleicht wisst, gibt es inzwischen sechs Yu-Gi-Oh-Serien. Als wir unsere Famriere hatten, waren es nur fünf. Und, äh, ja, und jetzt wollte ich gerne herausfinden, wer denn so welche Serie kennt. So, Altersdurchschnitt. Okay. Also fangen wir mit der ersten Serie an. Wer kennt denn alles? Yu-Gi-Oh! 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 Okay, okay? Wer kennt, ähm, die zweite Serie? Yu-Gi-Oh! 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 Die ist so kurz angebunden! Okay. Und mit Serie Nummer drei wurde es etwas düsterer. Wer von euch kennt denn noch Yu-Gi-Oh! 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 Es hält sich locker, okay? Spannend! Wer von euch kennt Serie Nummer vier? Yu-Gi-Oh! Hallo Sechsal! Ahhhh! 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 Die Motivation liegt am Boden! Serie Nummer fünf! Yu-Gi-Oh! Ark V! Ohhhh! Ahhhh! Ohhhh! Das kriegt heute den größten Punkt! Und seit fünf Wochen am Laufen, Yu-Gi-Oh! Brains! So heißt die neue Serie Brains! Hartige Musik, was? Ihr könnt es euch angucken, wenn ihr wollt. Wenn ihr Yu-Gi-Oh! nicht komplett aufgegeben habt. Macht euch keine Sorgen, You Circle wird leider heute nicht zu sehen sein. Es ließ sich nicht einrichten. Wer ist noch in der Brains? In Italien und die Jugend von heute. Aber die anderen Protagonisten sind hier. Und wir hoffen euch eine schöne, schöne Show zu beten, euch zum Lachen zu bringen. Und was bleibt mir jetzt noch alles zu sagen, außer Film ab! und dann später violm! Und zwar lässt dich zum Lachen rein! In Italien. Oder was diese Soldierung an? Voratorfer Eriks an? ist, dass ich das Duell totally gewonnen habe. Was? Hey, ich habe das Duell gewonnen. Ich denke, es war ich. Es war nicht! Ihr seid beide gewonnen. Wenn ich es war, ich würde sagen, dass du gewonnen hast. Aber ich bin nicht, weil ich das Duell gewonnen habe. Es geht nicht um, wer gewonnen hat. Die wichtigste Sache ist, wir können immer gewonnen haben, als Freunde. Das ist richtig. Obwohl wir nicht mehr sehen uns wieder wiedersehen, wir werden immer in uns wiedersehen. Und ich habe das Duell gewonnen. Wir alle gewonnen haben. Nein, ich habe das Duell gewonnen. Enough! All that matters is that we managed to get through all this without disrupting the space-time continuum. Yeah, even though I nearly told Yugi that the Pharaoh dies at the end of his series. What's that now? Well, this is just fan-tucking-fastic. Now we're stuck in subspace. Way to go, Jaden. It's not my fault! I thought spoilers were okay. It's been like ten years. This really could not get much worse. Hey, guys! This subspace thing is pretty extreme, huh? Tell them how pop live and get set to get death, motherfuckers! Yeah! What's wrong with his hair? Uhhh! ARD Text im Auftrag von Funk WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Oh, Katzenfutter! 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 Ja! Für den Tauro! Für meine Katze! Ich hau's dir nicht so genannt, okay? Du Fanboy! Mischchen! Ansonsten... Ah, Kekse! Oh, ja, danke! Hey, klar, mit meinen Homies teil ich doch gern. Ein Sparschwein! Mein Sparschwein! Ich bin übrigens übelst broke. Ich hör's schon. Und was bin ich dabei? Klopapier! 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 Ja, weißt du, wenn du... Es gibt Leute, die reiten mit ihrem Handtuch per Anhalter und ich hab Klopapier. Es ist sehr viel nützlicher, wenn du durch die Einhöle pilgerst und... Bereitschaft! Das klingt ja nach einer richtig stein Karriere bei dir. Du, warst du nicht mal in einer Band oder so? Woher warst du davon? Ist doch egal, erzähl! War doch meine Musik! Eines Nachts waren wir auf einer langen, einsamen Landstraße unterwegs. Als plötzlich... Eine dämonische Gestalt vor uns auftauchte, die dann... Langweilig! Nächster! Also ich hab meinen... Interessiert niemanden! Mann! Soll ich weg? Nein! So wird das nichts! So rumzustehen ist anstrengend. Ich benötig einen Sitzplatz um meine langen, eleganten Beine von mir zu strecken. Schwebst du nicht sonst immer so rum wie Astral? Boah, da weißt du davon. Ist doch egal! Ach, ich spüre, wie meine Herz und Nüß schwindet. Na komm, hier! Lass den alten Mann mal sitzen! Du hast echt voll die Kuribofrisur! Nee, ich bin kuschelig, nimm's hin! Lass dich drauf, ist bequem! Was heißt dir eigentlich alt? Hast du irgendwie mal genau rumgesehen? Ganz schön. Wie jung, wie knackig ich bin! Ich bin Herzenes und Sexendes pur! Oh ja, was bist du! Oh, you say! Sexy Musik auch nicht mehr. Ich bin immer noch die Kassel hinterher. Du bist ein Schriezünder! Ich find's grad gut, mach weiter! Oh, you say! Oh, ich glaub, ich bin immer weiter vorbei. Nein, nein! Nein, nein? Okay, okay. Oh, you say! Oh, das war doch schlimmer! Ähm... Ja, nur Momo, ne? Verdammt! Aber damit ist noch nicht vorbei. Außerdem finde ich, dass... You say! Locker mit dir hithalten kann! Baggerst du mich jetzt auch an? Vielleicht! Weil ich... Also... Also ich bin auch sexy! Und minderjährig! Du bist nicht sexy! Aber ich bin... Aber ich bin minderjährig! Schrei nach einem Wettbewerb, den ich natürlich gewinnen werde! Was für ein Wettbewerb um den Titel des... Sexiest Protagonist? Absolutely flawless! Sexiest Protagonist! Das ist mein Name! Nein! Halt die Klache, Jay! Als Titelverteidiger darf ich die Musik auswählen! Soll ich wecken? Nein! Verdammt! Und ich denke, ich wähle Duke Devlins Hintergrundmusik! Ich werde dir beweisen, was es heißt, sexy zu sein! Hast du dich gerade selbst gedisst? Weil nein... Jeder kann mit der Musik fixen sein! Dach ich doch! Ja! Okay! Ihr könnt einfach... Du bist dran! You say! Moment mal! You say! Als Nächster! Ich kann gar nicht tanzen! So! Du schaffst da! Los! Zeit, kurz auf den Tag! Ich bin jetzt weiter! Ich bin jetzt noch der Spongebung! Ja, das ist so schön. Alles klar. Alter! Wo kommst du anders her? Ist doch egal! Dann sind wir wohl fertig. Womgen hab ich gewonnen? Ich hab natürlich gewonnen. Aber ich würde sagen, U.S. ist knapp zweiter geworden! Finde ich fair! Hey! Sag mir! Oh, du bist auch noch da? Ja, offensichtlich! Wolltest du mitmachen? Ja! Ja, dann hau rein! Keiner hält dich auf! Ich hab's! Go, Jayden! Danke! Du bist immer so langsam! Da sprengt ihm schon was aus der Hose! Das passiert mir öfter! Und wie war ich so? Unerwartet gut! Das sagen die Ladies auch immer! Ich habe zurück zu dem gewonnen! Aua! 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 Uuuuh! Was treibst du denn da? Hast du dieses Spiel schon mal gespielt in deinem Leben? Ja, natürlich. Auf jeden Fall hab ich jetzt gewonnen. Waaah! 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 Mann, das ist voll der Bitch-Moof! Und außerdem kapier ich deine komischen Synchrobeschwörung überhaupt nicht. Also erst einmal achte auf deine Sprache. Hier sind Minderjährige anwesend. Sexy Minderjährige! Nein. Und dann ist das eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur einen Empfängermonster und mit dem kannst du dann... Juma, was hast du eigentlich in deinem Deck? Hör mir gefälligst bis zum Ende zu. Ich hab die super schwarzen Karten. Es geht! Ja, zeig mal her. Hä? Dich? Dich? Hä? Hä? Schwarze Karten? Ja, das sind Iksis-Karten. Iks? Was? Iksis-Karten. Was für Karten? Iksis-Karten. Was was? Pass auf! Mit zwei oder mehr Wunstern derselben Stufe kann ich... Stopp! Ich hab das Interesse überwarten. Äh! Was sind denn das für Namen, Alter? Ga 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 und Go Go Go. Sind die von Queen inspiriert? Oh, we're here. Radio Kaga. Radio Kugu. Radio Kaga. Acha Acha. Der heißt Acha Acha. Kage Tokage. Schinkenretter. Eichelrohr. Zäpfelchen. Das klingt schon ein bisschen ververs. Und warum? Also, voll auf über meine Karten zu lachen! Ich hab voll die coolen Monster! Ah ja? Ah ja? Aber hast du auch was Heißes? So eigentlich? Was? Was? Oh, oh, ich hab eine Idee. Wir zeigen uns jetzt alle unsere Hot Chicks des Decks. Du, du, warte, du hast Chicks gesagt, ne? Ja, ja, ja. Okay, okay. Also, willst du wieder einen Wettbewerb veranstalten? Oh, da ich sowieso gewinnen werde, sparen wir uns die Mühe und machen's einfach so. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Jeder kennt sie. Jeder liebt sie. Ab meiner Seite ist das schwarze Magabädchen! So, abklapp ich auf! Das Gagaga-Mädchen! Ich will auch los! Abklapp... Gar nicht! Also... Die Frauen sind ja ganz süß! Aber wenn wir heißen aller Hebel, wollen wir uns klingeln, kommen wir nicht an! Ach, das ist nicht die zensierte Kokensversion. Ja, was soll ich sagen? Ich bin... Also... Ja, das bist du! Oh ja, das bist du! You say? What you say? Was ist deine Karte? Ich... will sie nicht zeigen! Oh! Als der Älteste von uns muss da vielleicht ganz schön was auf dem Kasten haben, oder? Komm schon! Seidest du schüchtern! Zeig ruhig her! Lieber nicht! Nein! Ist es eine unsensierte Harpienkönigin? Zeigen! Also wenn es zu derb ist... Ey! Jetzt kannst du sie uns zeigen! Ja! Ja! Oh! Komm bitte! Komm schon, you say it! Chloran, ich bin schon einsam! Ich seh eh nichts! Mir ist egal! Meine Musik bockt mich! Wow! Was ist das denn? Mein... Mein... Schick... Das... Klanghütchen! Wow! Das ist echt traurig! Du bist traurig! Ich brauch kein geschwurten Mädchen in meinem Deck! Ich hab da ziemlich kurvige Freundinnen! Danke, Thorat! Wir gehen schon seit zwei Jahren aus! Ach! Ich würde sagen, you say it is knapp zweiter geworden! Finde ich schwer! Nach... Mir! Und als Sieger des Wettbewerbs... Ach! Schiebe! Beschwöre ich das Gewinner-Chick! Das schwarze Marker-Mädchen mit richtig großem Brüssel! Oh! Vielen Dank für diesen wundervollen Preis! Warte mal bitte! Danke! Ich möchte Ihnen meinen Meister widmen, der sich all die Jahre um mich gekümmert und mich ausgebildet hat! Ich verdanke ihm dir auch so viel! Wundervoll! Ich vergesse jedes Mal, dass sie das tut! Mach das jetzt aufhört! Du quatschst uns ne Bulette ans Ohr! Ich hab ja nicht den! Bitte tun ja auch ein paar Schönen Sachen! Endlich kommst du dich wieder! Meine Leute, das neue Meisterkirchen! Danke! 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 Gib mir das! Du bist doch der süße Typ von Monsterfest! Hast du ihn gerade süß genannt? Aber ja! Das Publikum hat mich geliebt und bejubelt! Und dich hat sie dann nur ausgebucht! Lol! Tja! Wem wundert es! So wie der aussieht! Du bist aber auch verdammtes Maxi! Von der Hüfte des Pharaos konntest sie wieder getanzt tauscht und... Danke! Aber ich hab eine Freundin! Aber hat sie auch DAS! Guck mal schauen! Nein, 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 nein! Das ist doch aus! Ich bin Mitterjährig! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin Mitterjährig! Dem Pharao sei Dank! Ihr seid Dank! Weißt du was? Ich lasse euch doch lieber selbst Gespräche! Wer kann das noch? Oh ich! 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 Ich hatte Gespräche mit meinem toten Vater! Zählt das auch? Du hattest deinen Vater mit Drecksrolle! Oh ich auch! Ich auch! Mein Vater hat mir ein ganzes Königreich vererbt! Alles, was das nicht berührt! Und was hat dein Vater dir vererbt, do you say? Schuldgefühle! Oh! Ich hab die Kette hier! Und ich hatte ne Karte! Toll, Jade! Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, seit 6 Staffeln geht's in OK! Dann geht's schon mit gleich ab! Du hörst jetzt! Du hörst jetzt! Du hörst jetzt! Er ist jetzt... Er ist jetzt! Mhm. Wie du sagst, auf die Knie. Ich bin es! Dann bück dich. Alles klar! Kniebich bin! Jayden, den Hinterriter raus! Warum ist die Junge eigentlich oben? Oh, move up! Musik Give me your candy Dann,君だけの世界 Watch what I do, that's a love life Kimi no heal, it's a lie, we can fly Ah, 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 ah Geh-la-de-carsen-la-crime The star might start a lie Oh, ah, ah, ah Iwak-1, 2, 3 Kimi wo banjo ni Uparo sa te shaman show Go in, say tokyo boy Can you feel more? To ganjo ni Kimi wo banjo ni Kimi no 1, 2, 3 Zulto lies on me Sabe da kouma wa nai kouko Kisaki tokyo boy Loos to me Moho to kaku ni Oji de down, 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 down Bye Forever Vapo More Forever Forever hating known ители conteúdo Knit! 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 Inzwischen Ich hab ihn nicht mitgeborgen. Ich hab ihn jetzt auch gebraucht. Achem. Jusé, Jusé, Jusé? Ich muss einen Beikirpreis. Kannst du mir einen Beikirpreis holen? Ein cooles X-Becto nicht steigen bei mir. Wie soll es denn aussehen? Also, es muss pinnschnittig sein und grün und gelb und rot, damit es zu mir passt. Rot geht, sag ich. Schreib einfach dran holen. Und die Reifen, am besten kann man so alle D's einleuchten. Das ist ein Leuchte für uns, das nicht trinkt, mit verschiedenen Farben. Dann würde ich, dass da irgendwas richtig cooles draufsteht. Wie heißen das? Diese Platten über den Motor. Irgendwie sowas wie Destiny. Destiny, das ist super. Ja, da kann ich quasi eh nicht so gut fahren. Und dann möchte ich, dass da auch andere Leute mitfahren können. Also so ein Zweiß ist einfach cool. Oder so ein, wie heißen diese Dinger neben Gansinn, weißt du? So in einem Film. So ein Weifahrrad. Genau. Was wärst du davon, dass ich die auch noch vorher spucken kann? Ja. Also dieser Weifahrrad muss groß genug sein, dass die Samba-Liebe-Scheiße da mit reinpassen, ne? Samba-Liebe, ja. Ah, guck mal, sag mal, nee, für den. Ähm, ich brauch da auch Lautsprecher ran. Damit ich Vollfeld-U-Kanal mit rein kann, weißt du? Weiter mit rein. Das kannst du dir vorstellen, oder? Und die Scheinwerfer, die müssen auch irgendwie so richtig coole Lichteffekte haben. Ja. Also LEDs, im Gerüst, in den Scheinwerfer und in den Reifen. Ja, in den Reifen sollen halt werden. Und Flammenwerfer. Ja. Okay, also ich glaub, ich hab da was für den. Okay, und natürlich muss das alles auf E-Strum-Basis sein? Ja, natürlich. Ja, genau. Wir sind komplett bewusst. Kann ich dann auch meine Karten damit so umfragen? Natürlich auch die Karten einfach dran, ist kein Problem. Okay, passt auf, wir machen da nämlich dann so ein Tabel. So ein Tabel und da kommt dann meine Duode. Wie ist das denn, kriegst du da auch irgendwie ein Dachdruck? Ja, das fährt dann aus. Wir können mal zum Fahrrad anders machen. Das wird ja schon geben. Das ist cool. So, pass auf. Ja. Was für dich? Was hältst du davon? Das ist ein Fahrrad. Du bist zu ihrem Zürich. Du kommst mal fahren. Tim! Ich weiß jetzt. Es tut mir gut. Wir haben Wachstizide. Ach! Ciao! Ah! Zoo. Ja! Bo dej em! Das floatам! Doch dieздamm! So, da sind natürlich mit ihr dran. Die St Honorierung. Und die familia sind warm, weil sie nicht fl kamera und die staachte ware tanken. Da haben den awfulぉ capturing gerika. Jack, los! Ich kann ihn immer noch hören. Jede Sekunde. Wenn ich mich stark konzentriere... Ja, Jack! Sag mal, wer ist Jack? Ach, weißt du... Nachdem die Band sich aufgelöst hatte, hört er nicht auf, hinterher zu laufen, um mich zu duellen herauszufordern. Ah, ein Pöbel-Kaiber also. Bitte! Nachdem Kaiber der erste Rivale war, kommen alle anderen natürlich ganz nach ihm. Dein Freund... Zack? Jack? Jack! Jetzt also eine Pöbel-Variante von Kaiber. Pöbel-Kaiber. Ich will aber nicht, dass Zane so ein Settel-Kaiber-Verschnitt ist. Drei-köpfiger Versions-Rache. Oh, doch. Jetzt würde ich sagen, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Ich habe immer recht. Und da der erste Abklatsch war, ist der Prime-Archiver. Oh, ja. Jack! Na? Fahr an! Ey, schau doch! Da fehlt dir die halbe Rolle! Was hast du damit gemacht? Wer war halt die B-Shit? Jedenfalls warst du ganz schön lange weg, Emma. Ja. Pass auf! Eine Alpaka-Herde hat sich mir den Weg gestellt. Da musste ich außen rum gehen. Da hinten ist übrigens viel weißer als hier. Ja, jetzt nicht mehr. Äh... Doch? Pssst! Nein, nein. Juma... Was geht? Wer ist dein Vivaler? Ich habe keine Vivalen. Nur Freunde. All top! Kennst du jemanden, der immer einen langen Mantel trägt, eine Oxys und noch Drachen hat, Duelle viel zu ernst nimmt und dessen Bindung zu seinem kleinen Bruder, naja, ein wenig fragwürdig ist? Und you say... Kite? Ich präsentiere... Galactic Kyber! Das ist gemein, du kennst ihn doch gar nicht! No, das ist doch egal! Machst du mich jetzt etwa nach? Ach! Ich dich nachmachen, ihr kommt alle nach mir! Das habe ich gar nicht nötig, euch nachzumachen. Wo denn bitte? Wo denn bitte? Wo denn bitte? Zählen aber sowas aus! Wo ist denn das? Oh... Oh... Wie war das mit den sieben Artefaken der Schattenreise? Das war nicht ich! Das war ich! Jason! J... Jason? Was kannst du eigentlich? Ich bin irgendwie grad bei der Born-Identität, ich weiß auch nicht... Spielst du auf dieses goldene Artefakt um seinen Hals an oder was? Das ist voll original und gar nicht so wie das! Nee! Ja... Gar nicht, überhaupt nicht! Ihr habt kein Schmuck, ey, ihr Schraub! Ich lasse mich in Ruhe! Ich denke, es ist gar kein Fliegelding da! Ja, ja... Wie war das mit den sieben Artefaken der Schattenreise? Ja, ja... Aber ich hab wirklich nichts! Und wie war das mit den Schattenreise? Äh, wie war das mit den Schattendrohen? Kommt mir alles sehr bekannt vor! Nein, das ist ja bekannt vor! Dann muss der immer das letzte Wort haben! Ja! Muss ich! Ich versuch nur zu kompensieren, dass er sonst immer nur mit dem anderen Jogi reden kann! Ne? Apropos! Sag mal, Vater! Was? Wie ist es eigentlich so, den Körper eines kleinen Jungen zu bewohnen? Uh! Oh! Hörst du mich hier raus! Come back and go! Oh, ja! Leute! Wir sind doch alle Freunde! Oh, danke! Also streitet euch nicht! Ah! 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 Freunde, ich kann jetzt seit ein paar Stunden und drei Minuten... Ah! ... konnte ich sowieso noch nie leiden, denn ich spüre meine Krallen des Zornes! Ich meine, rote Kürze! Ah! Genug! Ah! Ja, hebe die wieder auf! Du bist schuld! Schneller! Ah! Ich helfe mal! Ich wollte es nur gesagt! Komm einfach wieder runter, ja? Gut, dass mein Klopapier nur für Freunde ist! Wir sind Freunde? Äh! Wie schön für dich, Jaden! Du hast einen Freund! Ich habe aber noch andere Freunde, ja? Du Kack! Ja! Zum Beispiel! Zum Beispiel! Jesse gibt ja heute Geburtstag! Happy North Day! Jesse ist nämlich sowas wie meine zweite Seele! Astral ist auch sowas wie meine zweite Seele! Nur, dass er aus einer anderen Dimension kommt! Was? Ist so! Er ist cool! Und nackt! Ähm... Bruno war ein Android! Was? Ist der schattenreich? Nein! In der Cloud! Immer lachen die Leute über die Cloud! Der kommt wieder! Sie kommen alle wieder! Ich glaube nicht! Aus der Cloud kommt man nicht zurück! Ach! Eine anstellige Internetverbindung wird das schon! Die hier WLAN haben? Gottverdammt! Er ist tot! So richtig? Tot, tot? Er hat sich für mich geopfert und ist weg! Weg? Und ich bin wieder allein allein! Und was sind wir? Rote Grütze? Was? Also du auf jeden Fall Jane! Aber ich mag rote Grütze wirklich! Lopedo! Hör auf die... Nein! 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 Ich glaub ich hab mich verlaufen Wenn es hier wenigstens Anreizpunkte geben würde, an denen man sich orientieren könnte, aber werte Ladies and Gentlemen, wie Sie sehen, sehen Sie mich leider nichts. Ich glaube, ich bin gerade falsch abgewogen, aber war das jetzt Linksraum oder Rechtsraum? Idee, lospendeln, schwinge auf, zeichne den Bock zum Sieg oder den richtigen Rechtsraum. Ja, okay, bis später. Ah, tut es gut, sich mal die Beine zu vertreten. Ich wünschte, ich hätte mein Unsicherheitsfahrrad dabei. Ich vermisse meine Freundin. Ich meinte mein Bein. Okay, so langsam wissen wir es nicht. Ist das in Ordnung mit dir? Lessi, wir quatschen dauernd wollte in meine Monologe. Oh, das kann ich schrecklich, wenn so etwas jemand macht wie, äh, wie heißt der nochmal? Frau Bahare. Du bist nur erinnerst an deinem Hund, scheinbar als der Freund. Lessi? Lessi? Was? Joey? Joey, niemand nennt seinen Hund Joey. Ich bin mir ziemlich sicher, was er Joey hieß. Welcher? Du erinnerst dich nicht an den Namen deines besten Freundes? Das ist traurig, Mann. Echt traurig. Ich meine, für wen kämpfst du denn nicht, äh, nicht für deine Freunde? Ich kämpfe für meine Freunde. Meine Freunde, der Schicksal der Welt, Fake. Ich mach das, weil ich's kann. Ich bin der König der Spiele. Der einzig wahre. Juuu-Gi-Oh! Was hier? Das müssen wir austesten! Los, schnick, schnack, schnupp! Ey! Geht nicht, okay. Alter! Ich geb ihr immer. Ich geb ihr immer. Los, ihr seid. Ich hab' den Schwimmer jetzt da. Yusei, zeig's ihn! Ja, komm, Yusei! Für unsere Ehre! Oh! Es wird spannend! Halt auf, Stein zu machen! Hier sind ja doch noch andere Leute! Ich wusste, ich hab' mir das ganze getan, sie gerade nicht so eingebildet. Hi! Ui! Ui! Hey! Was ist denn falsch mit deinen Haaren? Die sind wunderschön! Wer bist du eigentlich? Ich darf euch kurz vorstellen. Welte Ladies und Gentlemen! Mein Name ist Julia Sasaki! Ah! Julia! Ja! Du kennst ihn? Nö! Aber der fing auch mit you an! Wie ging's das zu Jaden? Du wolltest Jaden wissen? Ja! Ist gut, ich hab's geschafft! Du bist mein Nachfolger, oder? Ich bin you! Ah! Cool! Ich bin Jaden! Ich bin Jaden! Und das ist Yusei! Ich bin Yusei! Und ich möchte anmerken, dass ich gerade gewonnen habe! Voll nett euch kennenzulernen! Und äh, wer bist du? Du kennst mich nicht! Äh, nein, das war's nicht da! Wer bist du? Ich bin der König der Spiele! Grünschnabel! Ah! Das, was ich jetzt bin! Ja, oder nicht? Ich mein, in Deutschland bin ich jetzt der aktuelle Protagonist, also kann ich alles das, was ihr könnt? Kannst du nicht! Alles, was du kannst, das kann ich viel besser! Ich kann alles viel besser als du! Kannst du nicht! Kann ich doch! Kannst du nicht? Kann ich doch! Kannst du nicht! Kann ich doch! Kann ich doch! Das reicht! Es kann ein König der Spiele geben! Und ich werde euch einbeweisen, dass ich es bin! Ich lasse mein Soberkartal und brauche Background-Tänzer! Los Leute, hopp! Hopp! Das ist nicht dein Ernst! Doch! Muss nicht! Juma zieht mich an! Das mag ihr Mädchen machen! Und es zieht sich auch noch aus! Wie war das mit dem Minderjährigen? Du bist gar nicht, ne? Ich bedimm dich einfach! Komm her! Ich sitze! Hier ist schon wieder eine Runde! Everybody knows that it is good to be the team! Ich bin Depanen von Hoffnung! Was nicht ein Bild an wotam Energies? Ich bin Depanen von Wilke, he first eigentlich dieses 양 undentar겠습니다! All Kids gibt es meine Beleumpt! Von Bremg ему zu mir! Stop dem Freundinnen! Ich bin Depanen von Friedus! Ich bin Abst chargeiert am Ferrum! Ich bin ja noch nie! Ich bin klar, Ads ist die GabrielTON! Und ich bin fast die Karro-Mauan! Ich bin Ugh! Bestes Mario'... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es nennt sich Cheating. Und ihr tut es auch. Wo denn bitte, Mister? Ich trage ein Pagnes-Alterfaktor 2.0. Was hat das damit zu tun? Genau, das ist kein Cheating. Das ist kein Cheating? Nein. Okay, verdammt. Was ist mit dem Exis, was er hat? Exis? Majestätischer Zug? Naja, dieser komische, glanzvolle, majestätische Schuster. Das ist Cheating? Ja. Ja. Ihr seid der Euro-Elle-Ehrlich-Gewinn, Leute. Hoho, das von dir bist dann plötzlich Majestätischer Drache, der überhaupt nicht in deinem Deck ist? Naja. Mr. Leere-Karte-Clear-Meins. Pssst. Hey Julia, weißt du, wie ich tüte? Nee, erzähl mal. Neben meinen Platzi-Weiß-Karten, habe ich da einfach nur mehr Glück als Verstand. Was? Das ist jetzt kein Kunststück. Also, ich habe zwar keinen Sechse und ich kann auch keinen Clear-Mind, aber sonst habe ich alles drauf, was ihr so könnt. Also ich habe Pendel-Beschwörung und Exis-Beschwörung und Fusions-Beschwörung und Synchro-Beschwörung. Oh, gut. Daaaah. Ernsthaft? Ah. Ritual. Julia. Ritual-Beschwörung. Ne, also das habe ich noch nicht, aber ich muss mir das noch mal kurz überlegen. So ein erdabschütternder Ritual-Drache, fettes Text und so und Puff taucht überhaupt schon auf. Wie? Puff taucht auch schon auf? Naja, das ist so eine Clear-Mind-Sexy-Potty, weiß ich. Ich mache mir meine eigene Karte scheiße. Du kannst echt alles, was wir können. Verstehe ich das richtig? Als Protagonisten ist es uns erlaubt zu betrügen und unbeschworen damit davon zu kommen. Oh, finde ich gut. Ich auch. Moment, aber ist das mit dem Pendel-Beschwörung nicht was anderes, wenn das jeder kann? Naja, also ich bin die grünen Haare schon echt überzeugend. Apropos Haare, eure Frisuren sind ja auch alle sehr markant. Was meinst du damit? Pass auf, ich zeig's euch. Passe mich nicht an. Dann geh da hin. Du dann hier. Dann du... Oh, ich weiß schon. Ja, genau. Also, wir haben hier, bitte Ladies und Gentlemen, ihr auch jetzt haben wir heute bitte? Einen Seestern! Einen Seestern! Einen Seestern! Einen Seestern! Schöne Musik感. Tinkeren für... EINEEE QUALLE! mean tots! Und hier haben wir eine Krabbel. Und? Wir haben halt seinen Hones! Einen Hones! Na? Und du bist die Tomate. Zusammen sind wir ein Seafoodmix. Du passt da nicht so ganz rein, du, ja? Äh, wieso das denn? Weil Tomaten keine Meeresfrüchte sind. Tomaten? Das wird keine Meeresfrüchte sein. Ich denke, die Urla machen sie jetzt fast. Geben, du schriftest eine andere Bösung. Pass auf! Wie wäre es, wenn du dir stattdessen eine Pizza und Prutti-Mahre sind? Ja, ich bin da drauf. Pass auf! Du bist der Tomatenmark und wir der Blak! Außerdem, weißt du, was wir noch gemeinsam haben? Nein. Kuribos! Was? Pass auf! Kuribos, das sind... sowas hier! Sind die nicht sowas? Oh mein Gott! Das soll ein Kuribos sein? Das sind keine Kuribos. Natürlich sind das Kuribos! Sieh doch ihre großen Augen! Aber die sind komplett haarlos! Guck mal, die... Die müssen so sehen, so... Dahh, dah, 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 dah.... Äh... Jetzt sind wir schon soweit gekommen, dass wir über haarige Nüsse diskutieren. Also, ich hab keine. Ich bin allergisch gegen mich. Ich mag Nüsse. Oh, 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 wisst ihr was? Meine Haaregenuss kann sehr mächtig werden und zu Level 10 und 8. Ich guck mal, was wird die Bess. Ich glaub, Jane ist kaputt. Nicole! Das Lachen ist unertretend. Wie gern würde ich mich an einen ruhigen Ort zurückziehen. Kannst du gar nicht in ein Puzzle? Das passt ja. Phänomenal. Kosmische Kräfte. Einzig kleiner Mädels. Prost. Das ist ein Paradies für Treffen die Fahrer. Und Fendel viel größer als von außen. Oh, meins auch! Und Julia beherbergt dein komisches Fendel auf irgendwas? Nein, aber dafür ist es schick. In meines Rauschiff! Card Games in Space. Wer regt sich da noch über Card Games und Motorcycles auf? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr sollt mich ersetzen? Bieter. Ein Kuribu. Hallo! Ein Ex-Streifling. Ein ABS-Kind. Und ein Klau. Und dabei habe ich gar keine echten Verbrechen begangen. You say, mit dir würde ich gerne ein paar echte Verbrechen geben. Du sollst endlich ein Zimmer nehmen. Wir sind Minderjährige anwesend. Hier deine Nase. Lass mich bitte nicht mit ihm allein. Geh mal weg, du sexy Seestern. Sag mal, ihr seist? Card Games und Motorcycles! Jetzt eigentlich dein Cashface oder? Oh, also eigentlich ist es. Jetzt wird aufgedreht. Nice, ich spring mich in die Action. So spielt man. Herz der Karten. Blablabla. Es ist total gescheuert. Aber es funktioniert. Ich spüre den Flow! Ja, wenn du den Flow spürst. Da hinten ist das Klo. Nein! Ihr werdet weggedenkt! Himmel High Five! Oh, jetzt zieh's doch erst mal ein. Deine Sprüche sind schlecht. Und niemand mag dich. Tja. Punt und fröhlich zieht einfach nicht. Und niemals hat dir irgendwie deiner Serie eine Chance gegeben. Und dass das Ganze nicht zielt, Ich hab' noch schon an Jaden gesehen. Ey! Juma! Juma, hol leise. Ganz große Klasse. Mara-O. Du hast einen kleinen Jungen zum Weinen gebracht und das nur um den nicht vorhandenen Plot dieses Stückes voranzutreiben. Du bist sympathisch wie ein Stein. Ich geh' in den Arsch. Juma! Ich hab' nichts von Werker verloren und von mir. Wonenberg. Megalex! Sag's mir was ist geht. Der einzige Flow, den ich jetzt noch spüre, ist der Flow meiner Tränen. Ist alles in Ordnung mit dir? Mir geht's gut! Oh, okay, I want to adjust this. Schon auf meine Gestalt gehörte zurück. Nicht auf, noch nicht. Oh, danke schön! Sorry, ich brauche den Hals! Ist alles okay? Nein, es ist okay! Du hörst recht, die Oma. Der ist wirklich viel weißer, als da hinten. Immer noch! Ein paar Hals, ruhig. Weißt du, ich versteh dich. Niemand gibt dir eine Chance, weil dir viel zu viel spackiger Wützen passiert und du einen viel zu groß gemüt hast. Wir wollen dir ja auch keine Chance geben, oder? Herrlich, ich kann direkt nach dem Pfarrer. Da wird's etwas schwierig, dass mich irgendjemand fragen möchte. Ja, man kann ja auch nicht immer das Gleiche machen. Man muss ja immer was Neues ausprobieren. Nein. Über meine Serie haben sie sich lustig gemacht, als nur die Ankündigung rauskam. Nur weil wir versucht haben, ein böse Element einzuführen. Kankgames und Motorcycle. Kankgames und Motorcycle. Kankgames und Motorcycle. Ich weiß eher, dass ihr mich aufwundern wollt. Aber das bringt nichts! Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass es da draußen immer irgendwo Menschen gibt, die dich mögen. Und die, die es tun, die tun es umso mehr. Nicht wahr? Ich wollte jemanden applaudieren für mich. Ich wollte jemanden applaudieren für mich. Ja, und überleg mal, ich mein, meine Staffel ist in Deutschland fast durchgelaufen und trotzdem kennt mich keiner. Aber hey, ich geb die Hoffnung nicht auf, dass spätestens, wenn der nächste Protagonist kommt, ich dann die Leute zu einem Lächeln bringen kann. Tja, mich kennt und liebt. Jeder! Sein Stuhl ist ein Snickers. Ich mag kein Snickers. Ob man beliebt ist oder nicht, ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, dass man Freude hat, auf die man bauen kann. Naja, und wenn wir jetzt eh bis ans Ende aller Tage jetzt festsitzen, sollten wir vielleicht versuchen, miteinander auszukommen. Äh, wie soll's festsitzen? Ja, siehst du hier irgendwo einen Notausgang? Ja, einmal da vorne. Ja, Jayden hat das Universum zerstört und jetzt sitzen wir hier irgendwo in nirgendwo fest. No credits. Aber ich kann euch auch einfach mitnehmen. Liebe nehmen. Na klar, ich und Declan. Hipster-Kaiver. Wirklich, was kommt als nächstes? Cyber-Kaiver? Und die duellieren sich bestimmt auch im Internet immer so. Also, wenn ihr fertig seid... Wo war ich stehen geblieben? Ach genau, Freund Esel nennt sich jemand sehr. Jedenfalls können wir durch die Dimensionen reisen. Und ich dachte, Jayden wäre der Gary Stu. Hey! Ich würde sagen... Julia ist knapp zweiter geworden. Nach... mir! Ja, stopp, nein. Ja, doch, doch. Das, das. Könnt ihr. Das war ein. Aber... Wohin gehen wir denn dann, wenn wir hier wegkommen? Nun... Im Parallel... Die Dimensionen, die im Chaos versinken, war ihr dort... fehlt! Oh ne. Aber... Werden wir unsere Freunde dann wiedersehen können? Nun, ihr werdet schon das eine oder andere bekannte Gesicht wiedersehen. Und äh... Im Kern... wird die Person... die gleichen Weg sein. Das war's. Also werden sie uns wiedererkennen, wenn wir sie zerbuchen. Ehrlich? Wenn ich noch einmal auf Jessie treffe, dann wird ihr fühlen, dass zwischen uns eine Verbindung herrscht. Weil ein echter Freund bleibt einfach immer im Herzen. Also... Die werden uns hier ja kein Verstand. Stimmt. Vielleicht denken du die Deutsche auch noch. Ja, nein. Ja, ich sagte doch. Sie kommen alle wieder. Hä. Worauf warten wir dann noch? Auf Weihnachten? Nein! Falk den Pendel! Es kennt den Weg! Waaay! Ja, ich bin erster. Ich führe an. Ich führe an. Ich führe an. Ich kann es auch überhaupt nicht. Nee. Ich kann es kaum erwarten, meine Freunde wieder zu sehen und neue Abenteuer mit ihnen zu erleben. Und bestimmt wird sicher Leute, die da einen Fall finden. Echt! Oh! Wisst ihr? Vielleicht mögt ihr ja nicht den Tegel des Königs der Spiele würdig sein. Das bin nämlich nur ich. Aber wie wäre es mit Prinzen der Spiele? So lange du jetzt keine Anspielung auf eine gewisse Prinzenrolle machst von mir aus. Jetzt geht der Abgang erst dahinten. Oh! Ihr müsst schon wieder das letzte Wort haben. Was meint ihr mit einer Prinzenrolle? Ich erkläre dir das, wenn du älter bist. Okay! Danke viel, älter. Ich mag Kekse. Also, eigentlich passiert dir jetzt nichts mehr. Ihr könnt also genauso gut abschalten. Oh! Oh! Klische Musik Oh! T Sache schon mit dieser Erenition Manielさん, wie bei Die Weimung noch einen Garten-Literle Voigt. Tja! Tja! Das steht Text im drought, wie wir wollen und representative. Es ist ein guter Mantos. Kampieneridade mit Neil expedition. Musik 打って切った限界のまま乗り換えて 僕は強くないよ あきらめちゃ言えないから 目が少しずつする 歓声に乗せる 変えるんだ 明日ずつが愛しくなる音は 僕を見るだけ そして全力で 道が触れる 僕は逃げないよ 少し散るものがあるから 立ち向かう勇気ができる またの部分にして恐れること ほらって今を楽しもう 音楽 音楽 Das Licht, es blendet! Vielen Dank, dass ihr es zugeschaut habt, das ganze Stück. Ich möchte einmal kurz den Kass vorstellen. Und zwar von Pinchin, Fählchen als Josef! Und dann die Papps als Julia! Die Lucy war das schwarze Malpinchin! Und die Wenden als Pharao Yamiyugi! Und ich konnte nicht sagen, ich bin nicht so wichtig. Und die Wenden als Jubao! Und ich heiße Klara und ich war der Champions! Das war unser Dernier. Das war das letzte Mal, dass wir Yu-Gi-Oh! aufgeführt haben. Wir danken dir, Bi-Mei-Kai, dass wir es hier getroffen sind. Danke, Bi-Mei-Kai! Vielen Dank auch an die Technik! Auch wenn sie heute nicht ganz so mitspielen wollte. Aber das ist die technische Technik-Zeit! Sie haben das gut gemacht! Und danke schön an euch! Klapperes Publikum! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Und Moment, wir haben doch die Sacken vergessen! Natürlich, die Sacken! Unser Technik-Zeit! Wir sind die Kliniken da, Anna! Die dafür gesagt hat, dass wir hinter der Bühne nicht komplett Chaos versinken! Das haben wir ja schon auf der Bühne getan! Danke auch! Und dabei an die Tina! Wir haben noch eine kleinigkeit für euch, eine Zugabe, wenn ihr die sehen wollt! Jetzt ausgaben wir uns noch einmal! Warte, Sackhunde, mein vollbrotstestück! Ja. Das ist wahrscheinlich auf Ebay. Das will keiner. Keiner. Geil. Time to turn on it. Turn on it. Turn on it. Turn on it. He was laughing. Turn on it. Turn on it. Turn on it. Ha 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 ha, Ta ha ha ha. Spass, 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 Spass Noma, noma, hey Noma, noma, hey Noma, 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 hey Hey, sexy lady Oh, my gundam star Hey, sexy lady Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden. Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden. Jesus am Orden, Jesus am Orden. Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden. Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden. Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden. Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden. Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden. Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden. Jesus am Orden, Jesus am Orden, Jesus am Orden. Jesus am Orden, Jesus am Orden. Jesus am Orden, Jesus am Orden. Oh Gott! Das war's für heute. Das war schon ganz gut, aber ich glaube, dass Duell hat Yugi nicht gewonnen.. Yugi, gehst du raus! Habe ich gewonnen? Ich möchte gerne Juja-Koshi-Tanta-Tanzen sehen. Was? Ich möchte gerne Juja-Koshi-Tanta-Tanzen sehen. Du weisst, dass mein Tanzstil tote Wurst ist. Wie will wir jetzt, wenn wir Koshi-Tanta-Tan einmal gaaannz lang sein? Mit ganz viel Düfte. Für die Ladies. Ich möchte kurz mal was trinken, Moment. Nein! Haben wir noch Zeit? Trinkmelch! Haben wir noch Zeit? Trinkt Milch! Die, die im Abfluss gelandet ist. Eine lustige Geschichte dazu. Wir haben ungefähr 20 Aufnahmen gemacht. Ich hab mit leider einmal Pisse gelacht. Das war nett. Für die Dreh haben wir das im Patz Dusche. Ich stand am Stück her nackt, bis auf Piara, die mit mir in der Dusche stand und mich auch mit Milch übergossen. Ungestellt so! All der Einsatz für die Show für euch. Für die Milch! Für die Fehlschwelle! Wie sieht denn aus mit der Musik? Ich sehe, es klappt. Geht mir zeitlicher. Nochmal! Das könnte nicht. Ganz langsam! Und alle machen mit! Alle machen mit! Ich weiß! Wir besuchen es ohne Stellungswechsel! Wir müssen nur ein bisschen... Nein! Komm wo du! Komm wo du! Na komm schon, Julia! Am besten ohne Stellungswechsel! Und schlagen wir uns! Ich setz nur... Was ist alles spontan? Nicht abgesprochen. Hallo! Ich will dich alleine hören! Doch, doch! Blamier dich! Na gut! Stimme oder Schwimmen? Das Wichtigste sind schwimmende Hüften! Na, das ist egal! Na ja! So, nur mit der Hüfte wackeln! Ja, mach das! Oder drehen! Oh, das ist gut. Was ist gut? Was ist gut? Was ist gut? Was ist gut? Das war's. 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 Das war's.